Yo, yo Leute, was geht ab? Wir zocken wieder Rainbow Six Siege. Wir zocken locker, just for fun, weil wir halt nicht das komplette Team voll haben. Wir haben Johnny ausgetauscht gegen meine liebe Kati. Mit dabei dann sonst natürlich wie immer Ignore Posting und Timo, wie ihr sie auch aus dem Rank kennt. Ja, hier daddeln ein bisschen rum, gerade irgendwie nicht in Form für Ranked, deswegen ein bisschen locker ein bisschen einspielen, warm spielen, je nachdem wie man es nennen möchte. Und im Keller sind sie nicht oben. Hauptstadtzimmer. Oh man. Mewchammer auf der Treppe. Standard. Ich hoffe, die haben keinen Jäger. Juhu, hallo Thatcher. Thatcher mit Pumpgun. Mute mit Pumpgun. Thatcher, was laber ich da? Das frage ich mich auch oft. Lol, 200er pegen, 165er pegen. Geile Gegner. Bin ja mal gespannt, welchen von den Gegnern man nicht sieht, während er uns tötet. Hm. Gebe Bitsche schon los, ja? Die ist irgendwie voll die Bitschmove-Abfängerin, ne? Die holt sich immer alle aus den Fenstern. Wird ich nie hinbekommen. Ich platziere Streusprengsatz. Valkyrie kam hier draußen wahrscheinlich irgendwo. Ich habe auch ein schwarzes Auge eben zuerstören. Wird immer noch markiert. Ich auch. Da steht die Kamera. Ne, die steht... Ach, guck mal. Oh, verletzt. Ne, ist das Fenster offen. Ich suche nach Elektronik. Ich suche nach Elektronik. Ich suche nach Elektronik. Ich suche nach Elektronik. Schade. Warma Feindkontakt Postie. Bild linke Seite. das wurde irgendwie anders ich schieße direkt drauf ja er blutet aber nein er hat keinen schaden bekommen bei mir war auf jeden fall eine kugel mindestens drauf Timo hast du Sprengladung bei? ja nicht da reingehen da war der Dock direkt hart links ach geh rein Dock ist tot klar dann habe ich nichts gesagt der Kino kann dir helfen wenn du komm auf jetzt schnell hoch mit dir schön sehr gut lol ich hätte Inside den Heller bekommen aber andere haben mehr Glück ja immer auf ich sag nur die Frost vorhin boah alter voll geil voll geil oh ja so jetzt bitte Keller damit ich schon mit dem Geschützwart anfangen kann wir kriegen ganz oben den Raum verbarrikadieren oh wir kriegen Keller ganz auf einer bitte den Drop danke ah ich mach den Drop mach bitte beide ok den hier bitte auch noch den ich dir grad markiert hab hm die Gegner haben den dodel lokalisiert haben ne titsch titsch ohne datンヌ der Winkelgriff ist auch ganz schön 宿 so nicht lokalisieren bereit warum ist die Wand nicht zugemacht im Raum fehlen noch Wände na im Raum fehlen noch Wände ne fehlt eine und da fehlt eine Können wir vielleicht noch ein Mira-Gerät da haben? Wo ist sie? Oder warte mal Nicht in die Garage, nicht in die Garage Ballistischer Schild platziert Nachladen Da oben ist ein Loch Über der Wand Abklapp, Abklapp 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 Oh, 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 oh Oh, das ist ein Traum. Oh, das ist ein Traum. Das ist gut, mir. Ah, das ist ein Traum. Was ist da ganz links gelaufen? Da war der Jakar. Beier markiert. Back im kleinen Nebenraum. Ruck hinten am Loch. Drei Wand. Das ist ein eigener Traum. Easy peasy. So, kann ich mitarbeiten. Wäre schlimm, wenn nicht. Joa. Banana. Gerade noch so. Der Bio-Gefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Ganz, ganz oben. Ganz oben, ja. Da macht Mute. Und Jäger. Den hört man ja auch durchs ganze Haus. Oh. Oh. Äh, der Jäger könnte eine Etage tiefer Bitschmogen wollen. Die Drohne ist aktiviert. Freudiger Hurensohn, alter. Äh. Da ist der Puls hinter. Hier bräuchte meine Thatcher nicht. Da geht. Oh, ein Puls hier hinter irgendwo. Kati, Kati geht da besser nicht. Da ist der Puls. Ja, ich höre den auch schon hier. Der wirft zu vier. Und ist zu doof dazu. Einfach... Aber ich kann das doch nicht da oben dran schmeißen, oder? Jäger down. Wir bräuchten... Kati, Thatcher hier. Ja... Einfach da jetzt oben... Alter. Nein, Schatz. Habe ich hier. Hier, 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 hier. Die Doppelwand. Sonst noch gucken, hat der Typ von unten uns hier nicht irgendwie noch... wegholt. Hier ist auch das Fenster halb auf. Mira down. Timo, ich dachte, du stehst doch da. Hey... Man kann sich auf keinen verlassen. Das ist unglaublich, Alter. Wow, da steht man vorm Fenster und kriegt den nicht hin und abzusamen. Nachladen! Mein Gegner verbleibt. Drohne, aktiviert! GG! Gegner neutralisiert. Eigener Druck erfolgreich. Loool! Nice! Jahu! Alles klar Leute! Easy win! Easy peasy! GG! Well played! Irgendein MVP! Der, glaube ich, nicht ein Wort gesagt hat die ganze Runde. Doch! Doch! Als auch ein Keller war. Als auch ein Keller war. Muss natürlich auch sein. Hey, ist... Ist ne wichtige Ansage. So Leute. Ich hab immer im Keller, genau. Auch wenn's nur locker war, lasst mal vielleicht einen Daumen nach oben da, wenn's euch trotzdem gefallen hat. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Rank on! Bye bye! Boah! Danke!